Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute zum Thema Vermeidung von Konflikten. Dazu habe ich mir einen echten Experten ins Studio eingeladen, den Coach und Konfliktberater Michael Wilmes. Hallo Herr Wilmes. Hallo Frau Schneider. Schön, dass Sie mein Gast sind. Danke Ihnen. Herr Wilmes, lassen Sie uns doch heute darüber sprechen, was Unternehmer und auch Teams hilft, überhaupt erst nicht in diese schwierige oder auch nervige Konfliktlage zu kommen. Haben Sie da Erfahrungen? Geht das überhaupt? Naja, es geht schon. Es geht aber nicht ganz simpel, weil natürlich wir sind immer ständig so ein bisschen auf Konflikte auch geeicht, weil wir einfach unterschiedlich sind. Aber ich gebe Ihnen mal so zwei, drei Geschichten preis, von denen ich denke, die funktionieren. Es gibt mittlerweile seit vier, fünf Jahren, wird diskutiert auch in der Psychologie, das Konzept der psychologischen Sicherheit. Wie entsteht eine Sicherheit, dass ich mich als Person respektiert und geachtet fühle und mich auch traue, Unangenehmes anderen zumuten und sagen zu können. Das ist ja nicht so. Niemand geht ja zum Chef und sagt, Chef, ich muss dir mal was Kritisches sagen, weil dies und jenes nervt mich. Das passiert ja nicht. Es passiert ja noch nicht mal, dass ich zum Kollegen gehe und sage, du, mich stört das. Wir sind so geeicht, dass wir das eher unter Verschluss halten, dass wir das für uns halten. Und dann gibt es die sogenannten Feedback-Runden mit heißen Stühlen und ja, das kennen wir aus der Gruppendynamik. Ich bin da selber mit aufgewachsen. Ich finde das alles eher übertrieben, überzogen crazy. Ich finde ein Verfahren, ich nenne es jetzt mal Teamgespräch, ein sehr, sehr sanfter Titel, viel sinnvoller. Der Chef lädt ein zum Teamgespräch und sagt, wisst ihr was, ich möchte heute nicht über Inhalte sprechen. Ich möchte heute einfach nur mit euch darüber sprechen, wie ist denn hier das Klima? Wie reden wir denn so miteinander? An welchen Prozessen haben wir denn, auf welche Prozesse haben wir ein kritisches Auge? Wie fühlt ihr euch übrigens von mir geführt? Und so weiter. Also er schafft einen Raum und Rahmen, und zwar regelmäßig, sonst bringt das gar nichts, wo ausschließlich über die Kommunikation miteinander geredet wird. Und jetzt kommt der Trick. Es ist eigentlich kein Trick, sondern es ist, ich empfehle das den Chefs immer, sie gehen voran. Sie sagen nicht, also bitte, ich habe euch jetzt eingeladen, jetzt redet mal, da wird auch nichts kommen. Da wird es, wieso reden wir nicht über das, wofür wir ja eingestellt sind, Kommunikation, was ist denn das für ein Kram? Der Chef beginnt das Teamgespräch mit folgender Aussage. Wisst ihr was, ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr mir ein Stück weiter helft. Das hört sich für euch komisch an, aber ich sage euch mal, um was es mir geht. Ich bin mir manchmal nicht sicher, was ich so für Botschaften aussende, wenn ich hier so draußen bin. Ich weiß noch nicht, welche Klimabeeinflussung ich hier auslöse. Ich weiß noch nicht mal, welche Irritationen ich bei euch auslöse. Ich würde euch sehr darum bitten, mir darüber Auskunft zu geben. Und ich möchte das auch, ich möchte das in Ruhe sammeln. Ich kann euch nicht versprechen, ob ich jetzt dem folge, aber ich möchte es wirklich wissen. Und es würde mir sehr helfen, wenn ihr das macht. Herr Willmis, das klingt für mich alles ganz logisch, aber die meisten Teams sind ja doch als Fachkräften mit entsprechender Ausbildung, auch mit der entsprechenden Kompetenz. Die haben eigentlich eher gelernt, über Inhalte zu sprechen und nicht über ihre Kommunikation. Und wenn dann jetzt der Chef anfängt, sich das Feedback von seinen Leuten und vielleicht auch von seinen Kollegen zu holen, glauben Sie nicht, dass die dann extrem auf der Hut sind? Denn sie sind ja doch auf eine gewisse Art und Weise abhängig davon. Wie funktioniert das? Genau. Es wäre völlig idealistisch anzunehmen, dass es sich sozusagen wie ein Knoten lösen lässt und alles sprudelt dann. Es geht darum, dass man eine echte Einladung ausspricht, dass man so niedrigschwellig wie möglich vorgeht, also wirklich sagt, ich weiß selber, ich bringe euch in eine schwierige Lage, mir was zu sagen. Wir haben ja ab, also alle die Sachen, die Sie gerade beim Namen zu nennen. Hier gibt es Abhängigkeitsverhältnisse. Ihr werdet möglicherweise sehr genau überlegen, was ihr mir sagt. Ich bitte euch nur um eins. Wir sind hier zusammen, um einer Sache zum Erfolg zu verhelfen. Und ich brauche die Rückmeldung. Trage ich im Positiven dazu bei oder gibt es Dinge, wo ihr sagt, Mensch, Chef, guckt mal dahin. Ich möchte, dass wir uns diesen Raum hier miteinander schaffen. Und dann warte ich. Und meistens gibt es ein Zögern und dann kommt der Erste vorsichtig und er merkt, der Chef runzelt nicht mit den Augenbrauen und was auch immer, sondern hört einfach zu, notiert sich das eine oder andere. Und meine Erfahrung ist, wenn es ehrlich kommuniziert wird, entsteht ein sanftes Sich-Einlassen auf diese Einladung. Das ist meine Erfahrung. Gibt es denn zusätzliche Empfehlungen, wenn es zum Beispiel auch um den Umgang mit schwierigen Mitarbeitern geht? Ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Der Chef fragt mich dann ja meistens, naja gut, Herr Wilmes, also ich habe die jetzt eingeladen. Die haben mir ihre Sachen mitnotiert. Was mache ich denn dann? Jetzt habe ich das erfahren. Sie sagen zwei Sätze. Das Erste ist, Leute, vielen Dank. Das hilft mir weiter. Und ich gebe euch mal zurück, was ich verstanden habe. Das heißt, er bringt es in seine Worte und sagt, also von dir habe ich gehört, von Ihnen habe ich gehört. Und er macht damit deutlich, er hat es nicht nur verstanden, er hat Respekt davor, dass jemand ihm das gesagt hat. Der zweite Satz ist, ich ziehe mich damit mal zurück. Ich gebe euch jetzt keine Antwort aus der Hüfte. Und der dritte Satz ist, und dem empfehle ich, ihn nicht auszusprechen, aber zu denken. Der Satz stammt von Virginia Satia, ist eine sehr bekannte amerikanische Familientherapeutin. Die hat folgenden Satz gesagt, wenn Sie Feedback kriegen, dann denken Sie diesen Satz. Das, was du mir sagst, das werde ich wohl bedenken. Und ich bin nicht auf dieser Welt, um so zu werden, wie du dir das vorstellst. Ich brauche beide Qualitäten. Das Bedenken und das Ich-bin-ich. Und ich bleibe mir im Kern auch treu. Wenn ich das verwische, wenn ich sage, okay, ihr habt es mir gesagt, ich halte mich dran, dann kann ich es vergessen. Dann verliere ich Autorität und Respekt. Wenn ich sage, ihr könnt mir eh alles erzählen, ich mache es sowieso auf alte Weise weiter, dann verliere ich auch Autorität. Dann bin ich einfach nur autoritär. Das ist eine feine Balance. Wenn es einem Chef gelingt, das zu spiegeln, ist das die Hälfte der Miete, um Konfliktgemengelagen sehr, sehr niedrigschwellig zu halten. Ein toller Tipp. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem schwierigen Mitarbeiter, der sich da jetzt nicht reinfügt. Was mache ich mit dem? Der schwierige Mitarbeiter, es gibt zwei Empfehlungen von mir. Weil das Erste ist, schwierige Mitarbeiter gibt es nicht. Das ist eigentlich eine Abwertung und Zumutung. Ich kann sagen, ich habe es schwer mit dir. Unsere Kommunikation ist schwierig. Dann bin ich aber mit im Spiel. Schwierige Mitarbeiter ist manchmal so wie jemanden zum Arzt schicken, weil er eine Krankheit hat. Schwierig. Und der Arzt hat dann die Aufgabe, ihn zu heilen. Also wenn zu mir schwierige Mitarbeiter geschickt werden, sage ich, Sie kommen bitte nur mit Ihrem Pendant. Das ist Ihr Chef. Sonst mache ich gar nichts. Und das ist der erste wichtigste Punkt. Was ist meine Schwierigkeit, mit dem Mitarbeiter so zu kommunizieren, dass deutlich wird, um was es uns, um was es mir geht. Die zweite Geschichte ist, ja insgesamt auch aus diesem Konzept des schwierigen Mitarbeiters auszusteigen. Weil das ist ja schon konfliktgetränkt. Wenn jemand schwierig ist, dann ist es ja an ihm und nicht an mir, sich zu ändern. Also der gesamte Änderungsbedarf wird quasi in diese Richtung gedrängt und gesagt, naja, wenn du dich nicht änderst, dann wird es noch schwieriger. Geben Sie doch für uns und vor allen Dingen auch für mich nochmal die drei wichtigsten Aspekte kurz zusammengefasst, wenn es um diese Vermeidung von Konflikten geht. Ja, der erste Punkt ist, psychologische Sicherheit herzustellen. Und bevor ich lospoltere oder irgendwas angreife, wirklich zu sagen, lasst uns mal gemeinsam auf das gucken, wie die Qualität unserer Zusammenarbeit und Kommunikation ist. Dafür brauche ich einen Raum und den muss ich bestimmen als Chef. Der entsteht nicht von alleine. Und in meiner Verantwortung ist der zweite Tipp, ist es gut voranzugehen und zu sagen, ich brauche euch mal als Feedbackgeber. Und der dritte Punkt ist, rauszugehen aus dem Konzept schwierige Mitarbeiter und zu sagen, das ist offensichtlich eine schwierige Kommunikation, an der ich zu 50 Prozent Anteil habe und der andere auch. Wenn diese drei Punkte mit berücksichtigt werden, denke ich, kann man deutlich schneller Konflikte vermeiden, weil das Thema Respekt und Wertschätzung viel greifbarer im Raum ist dann. Wenn unsere Zuschauer sich jetzt noch weitergehend zu diesem Thema informieren möchten, wohin können Sie sich wenden? Ja, wunderbar. Sie können mich direkt anrufen. Das ist gar kein Thema. Sie können auf meine Website gehen. Und ich denke, wir werden schon im ersten Gespräch miteinander in Erfahrung bringen, ob ich nützlich sein kann, ob ich helfen kann. Dann bedanke ich mich, Herr Wilmes, dass Sie heute mein Gast waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich.